Oder für Geburtstage Sonderwünsche erfüllt. Genauso wichtig, was die Kunden denken. Indem sie halt nicht zum Bäcker gehen, sondern sie gehen wie bei uns, lass uns mal bei der Petra vorbeigehen. Man ist halt gerade für viele schon im Prinzip nur abgeräumt geworden. Und wenn es nach Petra, Martina und Elke geht, soll das noch lange so weitergehen. Tradition verpflichtet eben. Immerhin gibt es die Bäckerei schon seit 1884. Der Teufel steckt im Detail, wissen wir. Aber dass es so auf das Ohr ankommt, und zwar als, sagen wir mal, Pinnwand, das hat uns dann doch erstaunt. Liebe Europäische Union, wir mögen dich echt gerne. Wir lieben den Frieden, die Freundschaft, die Reisefreiheit und unsere gemeinsame Währung. Aber manchmal machst du es uns ganz schön schwer, dich zu mögen. Dafür schießt du einfach zu große Böcke. Also, apropos, den hier, den finden wir echt knuffig. Das ist Paulchen. Und Paulchen hat ein Problem. Es verstößt gegen EU-Recht. Deshalb hat Anne-Marie Gräser jetzt Post vom Veterinäramt bekommen. Sie würden mir den Zwangs entfernen, weil ich eben, ich sag jetzt, wo ich auch mal eine bockige Halte bin, würden sie mir eventuell den Ziegenbock auch nicht wiedergeben. Denn Paulchen trägt seine Marke um den Hals. Das geht aber mal so gar nicht. Denn die Marke gehört ins Ohr. Ist eine EU-Regelung. Und das Veterinäramt gibt diesen Verstoß gegen Recht und Gesetz jetzt nach. Im Angstdeutsch heißt es... Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die Ohrmarken der Ziege nicht im Ohr befinden und das Tier damit nicht fälschungssicher gekennzeichnet ist. Denn Ohrmarken am Halsband können jederzeit abgenommen, verändert oder einem anderen Tier umgehängt werden. Paulchen lebt nämlich nicht alleine. Neben Anne-Marie Gräser gehört auch noch Pony Balou zur Herde. Und die EU-Verordnung wurde ja gemacht, damit in Fallen von Seuchen Infektionsherde gefunden werden können. Nur in Paulchens Herde sind gar keine anderen Ziegen oder so. Dann ist die Infektionsgefahr ja bei... Also hier ist es wirklich gleich null. Naja, okay. Außerdem findet die 77-Jährige die Marke an den Ohren unfassbar hässlich und macht sich Sorgen um Paulchens Gesundheit. Ich möchte ihn davor bewahren, dass er jetzt die großen Schmerzen ertragen muss. Denn die Niete von diesen Ohrmarken ist 3 mm stark. Und die müssen in seine Ohren gestanzt werden. Das tut aber gar nicht so, wie sagt das Veterinäramt. Muss aber sein. Da der Fachdienst Veterinärwesen nur ausführende Behörde ist und keine Möglichkeit hat, bestehende Gesetze und Verordnungen zu umgehen, gibt es keinen Spielraum. Paulchen ist mittlerweile 5. Und nur durch Zufall hat das Amt nach Jahren gemerkt, dass er keine Marke am Ohr hat. Doch nachdem Annemarie Gräser jetzt eineinhalb Jahre für seine Ohren gekämpft hat, gibt sie auf. Ich habe mich jetzt dadurch, dass ich nächtelang nicht geschlafen habe und mir alles durch den Kopf gehen lassen habe, aber ehe ich das Paulchen verliere, werde ich ihm die paar Schmerzen dann auferlegen müssen. Sehr Paulchen, Gesetz ist Gesetz. Auch wenn man als Ziege darauf keinen Bock hat. Hessische Rekorde, was Hessen besonders macht, auf jeden Fall etwas, was wir alle noch nicht wissen. Darauf bringen Sie uns mit Ihren Fragen an die Hessen-Shop. Lena Weisgerber aus Richtersbach hatte eine ähnliche Idee wie Alexander Herrmann aus Nidau. Der will folgendes wissen. Hallo, hier ist Alexander aus Nidau. Und ich möchte gerne wissen, wo wird in Hessen am meisten erneuerbare Energie erzeugt? Tschüss. Sebastian, was ist deine Frage zum Morgen? Also eigentlich eine, die die Landesregierungen auch jetzt beschenken könnte. Ja, mich auch super. Weil natürlich, da geht es darum, wie stellen wir Energie her, wie können Sie das unterspeichern. Und was mich, das auch mal zu sagen, besonders interessiert, auch die Rücksichtiger. Ich habe nämlich viele Fragen bekommen von Zuschauerinnen vor allem. Was hat der Mann da am Handgelenk? Ist das ein Freundschaftsbändchen oder eine Zuschauerin-Mutmaße? Warum trägt er eine Kinderuhr? Nein, auch Reporter sind nur groß gewordene Kinder. Hier steckt ein Höhenmesser drin. Und da wir auch in den Alpen waren und mich immer interessiert generell, wie hoch sind wir. Hier sehen Sie, Petersberg, wo wir heute waren, 400 Meter hoch. Nun bin ich also sehr gespannt, wie hoch hinaus geht es morgen für uns. Und in den Tagen danach, und das bestimmen Sie, schreiben Sie jetzt Ihre E-Mail an. Und hessenfragt.at.ar.d. Und wir werden dann in den kommenden Tagen noch bis Sonntag weitere Orte der Rekorde für Sie in Hessen aufsuchen. Und ich lasse mich überraschen, wie hoch oder tief Sie liegen. Konstanz. Genau, und die Frage für morgen ist auf jeden Fall eine energiegeladene Frage. Morgen für die Hessen-Show. Da begrüßt Sie dann wieder Christian Geser. Und da geht's.